Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Da! Das blaue ist meins! Ich sag doch, dass das klappt. Es passt nicht! Dann lass doch das blöde Ei los! Ich will aber dieses Ei haben! Ah! Ist jemand verletzt? Okay, geht weg hier! Oh, meine Eier! Eins ist noch heil! Da! Verdammt! Die wachen! Was sagen wir ihnen jetzt? Wir können ja schlecht erzählen, dass wir bunte Eier suchen gegangen sind. Es sind verzauberte Eier! Was? Verzauberte Eier? Ja, von einem Fabelwesen! Was für ein Wesen? Ein Hase! Ein Hase? Was ist denn für ein Hase? Ein Osterhase! Ein Osterhase? Der Eier legt? Hasen legen doch gar keine Eier! Das glauben wir doch nie! Also, das war so!